Bilder aus dem All Sie zeigen unseren Planeten aus neuen Blickwinkeln und in den ungewöhnlichsten Farben. Doch sie sehen nicht nur schön aus, sie versorgen zum Beispiel Wetter- und Kartendienste mit aktuellen Daten und auch bei der wissenschaftlichen Erkundung des Planeten Erde sind sie ein wichtiges Werkzeug. Denn mit ihrer Hilfe werden Informationen gesammelt, deren Analyse zum Verständnis des Systems Erde und des Wandels, in dem es sich befindet, einen unschätzbaren Wert leisten. Doch wie geschieht das? Wie sehen diese stillen Beobachter, die Satelliten, aus? Welche Daten liefern sie und wie helfen sie uns dabei, die hochdynamischen Prozesse auf unserem Planeten zu verstehen und zu erkennen, welche Rolle der Mensch dabei spielt? Raumfahrtorganisationen wie die ESA oder die NASA, aber auch private Unternehmen haben eine große Anzahl Satelliten in den Erdobot gebracht. Diese Vielfalt ist notwendig, da die verschiedenen Sensoren nur bestimmte Aufgabenbereiche der Erdbeobachtung abdecken können. Um das besser zu verstehen, schauen wir uns doch einmal genauer an, was Satelliten können und wofür sie eingesetzt werden. Grundsätzlich sammeln wir mit Hilfe von Satelliten vier verschiedene Arten von Informationen. Flächenhaft können Strukturen in unterschiedlicher räumlicher Auflösung wiedergegeben werden. Vor allem können Satelliten über die gesamte Bandbreite des elektromagnetischen Spektrums Informationen sammeln. Diese radiometrischen Eigenschaften von beobachteten Objekten lassen zum Beispiel Rückschlüsse auf deren Temperatur oder fotosynthetische Aktivität zu. Die Erdoberfläche wird über längere Zeiträume hinweg in unterschiedlich großen Abständen beobachtet. Sensoren an Bord von Satelliten können aber auch Höhen der Land- und Meeresoberflächen messen. Je nach Einsatzgebiet sind Satellitensensoren so ausgestattet, dass sie diese Informationen unterschiedlich gut sammeln können. Schauen wir uns doch einmal drei charakteristische Beispiele an. Meteosat, ein Satellit zur Beobachtung der Atmosphäre, folgt der Erde auf einer festen, geostationären Position 36.000 Kilometer Weite von ihr entfernt. Von hier ist es kaum möglich hoch aufgelöste räumliche Informationen zu sammeln. Doch er behält einen sehr großen Ausschnitt der Erde über den ganzen Tag hinweg im Blickfeld. Mit diesen Daten, die auch sichtbare Bereiche des Lichtes abdecken, lassen sich Druckgebiete und Unwetter verfolgen, aber auch Oberflächentemperaturen und Aerosolkonzentrationen messen. Und das ist Sentinel-2. Er dient hauptsächlich zur Erkundung von Veränderungen der Landoberfläche und kann, bedingt durch seinen niedrigen Orbit von rund 800 Kilometern und seine polare Umlaufbahn, bei weitem nicht so häufig Bilder der gleichen Region aufnehmen. Fünf Tage vergehen, bevor er das gleiche Gebiet noch einmal überfliegt. Seine Stärken liegen in den räumlich hoch aufgelösten Bildern, die detaillierte Informationen in verschiedenen Bereichen des sichtbaren und infraroten Spektrums des von der Erde reflektierten Lichtes wiedergeben. Und was ist mit den Höheninformationen? Weder Meteosat noch Sentinel-2 haben entsprechende Sensoren an Bord. Hier kommt eine Klasse von Satelliten zum Einsatz, die nicht davon abhängig ist, das von der Erde reflektierte Sonnenlicht aufzuzeichnen. Radarsatelliten wie Sentinel-1 erzeugen ihre eigenen Wellen, schicken sie zur Erdoberfläche und empfangen sie wieder. So sind sie vom Tagessicht unabhängig und können durch die verwendeten langwelligen Strahlen auch durch Wolkendecken blicken. Unterschiede in der Laufzeit zwischen den gesendeten und empfangenen Radarwellen können auch zur präzisen Höhenmessung herangezogen werden. Viele weitere Satelliten haben spezielle Einsatzgebiete, die sich aus der unterschiedlichen Gewichtung dieser vier Fähigkeiten ergeben. Um ein möglichst komplettes Bild von den Vorgängen auf unserem Planeten zu erhalten, nutzen Dienstleister und Forscher das gesamte Spektrum an Daten, die von Erdbeobachtungssatelliten erzeugt werden. Und so können sie mit ihrer Hilfe Veränderungen der Landoberfläche beobachten, die Meeresumwelt beobachten, Katastrophen vorbeugen und Krisenmanagement optimieren, die Atmosphäre beobachten, den Klimawandel überwachen und auch zur Sicherheit von Verkehrswegen beitragen. Die Fernerkundung, das berührungslose Erkunden unseres Planeten mit Hilfe von Satellitendaten, ist ein wichtiges Werkzeug, wenn es darum geht, globale Probleme moderner Gesellschaften zu lösen. Denn die Welt ist in stetigem Wandel und wenn wir diesen Wandel nicht verstehen und begleiten, ist unsere Zukunft auf diesem Planeten ungewiss. Mit den steigenden technischen Fähigkeiten von Satellitensensoren sowie mit den verbesserten Möglichkeiten der Datenauswertung wird die Bedeutung der Erdbeobachtung für unsere Gesellschaft in Zukunft weiter steigen. Also lassen wir uns ruhig von den Bildern faszinieren und wenn wir auf ihn erkannt haben, wie schön, aber auch verletzlich unser Planet ist, nutzen wir sie, um ihn für uns zu erhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017